Seit der Antike beschäftigen sich Intellektuelle mit der Theorie des Humors. Sie gehen der Frage nach, was ist witzig? Darüber, wie Humor genau funktioniert, ist sich die Lehre bis heute uneins. Arthur Schopenhauer fasst das Komische kontrastiv als plötzliche Wahrnehmung einer Inkongruenz. Nach Jahren der Diskussionen in Universitäten hat ein renommierter deutscher Humorexperte eine Theorie entwickelt, die die Humorlehre Schopenhauers, Freuds und Hegels obsolet macht. Seine Theorie, witzig ist, wenn Sachen nicht normal groß sind, sondern deutlich kleiner, als man sie kennt. Wir trafen Deutschlands führenden Humorexperten zum Interview. Herr Dr. Winterscheidt, warum sind kleine Dinge witzig? Ja, dazu habe ich intensiv geforscht. Und es war so, ich saß in meinem Studierzimmer, wie jeden Abend, um die Gedanken des Tages zu sortieren. Und dann habe ich aus dem Fenster geschaut und habe da diesen Mann gesehen, der an einem sehr kleinen Fahrrad an meinem Haus vorbei fuhr. Und dann sagte ich mir, das ist witzig. Seine Humortheorie hat Dr. Winterscheidt in zahllosen Studien belegt. Dingen wohnt eine gewisse Erwartungshaltung inne. Bei jeder Sache hat der Geist eine Vorstellung von der Größe. Wenn die Erwartung gebrochen wird, entsteht eine Fallhöhe zwischen Erwartung und Realität. Um es kurz zu sagen, kleine Sachen sind witzig. Lassen Sie mich ein Beispiel machen. Dieser Hut hier, ja, ist ein normaler Hut. Richtig? Ist der witzig? Nein. Dieser Hut. Dieser Hut ist witzig. Er ist kleiner als der normale Cowboy-Hut. Oder hier. Ein Telefon. Ist dieses Telefon witzig? Ring, Ring, Winterscheidt? Hallo? Nein, das Telefon ist nicht witzig. Aber wenn ich Ihnen dieses Telefon jetzt... Dieses Telefon... Ring, Ring, Ring. Hallo, Winterscheidt? Ja. Das ist witzig. Weil es halt kleiner ist. Dr. Winterscheids Humor-Theorie zeigt dabei durchaus Ambivalenzen. So sind laut Winterscheidt auch andere Dinge witzig. Hier habe ich einen normalen Bleistift. Der ist nicht witzig. Der ist normal groß. Es geht nicht nur bei kleineren Dingen so, sondern auch wenn Dinge... Oh nein, die viel größer sind. Das ist doch genial. Was will man mit einem riesen Bleistift? Guck mal, wie witzig das aussieht. Hallo, mein Name ist Joko Winterscheidt. Vielen Dank, Herr Dr. Winterscheidt. Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank zu danken. Das war sehr aufschlussreich. Das war auch für mich. Oh mein Gott. Sehr aufschlussreich. Vielen Dank.